Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick für das Jahr 2016. Wir schreiben den 31. Dezember, also dachte ich, es ist höchste Zeit zurückzublicken auf die Ereignisse in der Schachwelt im vergangenen Jahr. Mein Name ist Jan Gustavsson, wie ihr da sehen könnt. Ich habe in dem Jahr ziemlich viel kommentiert und auch sonst gearbeitet in der Schachwelt, sodass ich durchaus einen guten Einblick hatte in das, was so passiert ist. Und wir werden versuchen, das einmal durchzugehen. Chronologisch oder auch nicht, wir gucken, wie es läuft. Das Jahr begann mit dem Tata Steel, Masters heißt, glaube ich, das Superturnier in Weikansee. Ein Sieg von Magnus Carlsen, ein Punkt vor Fabiano Caruana. In der letzten Runde musste Fabiano Caruana gewinnen mit den schwarzen Steinen, um Carlsen einzuholen. Riskierte alles, aber verlor. Und verrückterweise für Caruana sollte sich dieses Szenario bald wiederholen. Im wohl wichtigsten Turnier des Jahres, wenn wir die WM nicht mitspielen. Im Kandidatenturnier 2016. Denn in der letzten Runde gingen Kayakin und Caruana punktgleich auf die Zielgerade ein. Aber wegen der Feinwertung, keine Ahnung, dies, das musste Caruana mit den schwarzen Steinen gewinnen, um das Kandidatenturnier zu gewinnen und damit sich einen Platz im WM-Kampf gegen Magnus Carlsen zu sichern. Die meisten von euch werden wissen, wie es ausgegangen ist. Für die, die nicht so aufgepasst haben letztes Jahr, schauen wir uns einmal die letzten Züge an in der Partie. Kayakin gegen Caruana. Ja, Caruana ging mit schwarz sehr hohes Risiko, spielte Sizianisch eine sehr, sehr scharfe Partie. Und in dieser Stellung ist schwarz am Zug. Nach, ich glaube, 36. Damit D2 greift er zu dem, nicht zu dem Brettverschieben, sondern zu dem verhängnisvollen Fehler. Ja, Turm nach E4. Und Kayakin nutzt seine Chance, spielt das spektakuläre und enorm starke Turm schlägt D5. Ein Turmopfer nach dem weiß aufgewünschte E schlägt D, Dame schlägt D5. Es gibt kein Halten gegen die zu vielen Matrohungen. Ist das die einzige? Dann sind es eigentlich vielleicht nicht zu viele, aber parieren kann man es trotzdem nicht. Schwarz schafft es nicht, alle Felder gedeckt zu halten. Zum Beispiel, Turm nach D8, vernachlässigt dieses Feld, Dame F7, Schachmatt. Es folgten noch ein paar Züge, Dame C7, Dame F5, wieder ein sehr, sehr starker Zug. Er plant die Invasion von dieser Seite, Turm F7, Läufe schlägt F7, Dame E5, Turm D7. Und das Finale, Turm D8, Schach und Caruana musste sich geschlagen geben, wegen König F7, Dame H7, König E6. Damit D7, Schachmatt. Was bedeutet, dass Sergej Kajakin sich qualifizierte für den WM-Kampf gegen Magnus Carlsen? Das war, ich kenne mich nicht aus, im März diesen Jahres. Danach gab es erstmal wieder ein Superturnier im norwegischen Stavanger, wenn ich mich recht entsinne, war das nächste. Und es gewann, wie wir es noch häufiger sehen werden, Magnus Carlsen. Was ein bisschen verwehrend ist, leichter, Spoiler-Alert. Ich war mir nicht sicher, ob wir Magnus Carlsen als Sieger oder Verlierer des Jahres 2016 zählen können. Aber wenn man es sich anguckt, hat er so ziemlich jedes klassische Turnier gewonnen, an dem er mitgespielt hat. Insofern ist es, ja, manchmal verlangt man, glaube ich, zu viel von Magnus. Und in diesem Norway Chess-Turnier, was er vorher noch nie gewonnen hatte, spielte er meiner Meinung nach, darüber kann man streiten, ich habe nicht besonders viel recherchiert, aber meiner Meinung nach auch die Neuerung des Jahres in einer Partie gegen Wladimir Kramnik. Und zwar Carlsen mit den weißen Steinen in dieser Variante, die ehrlich gesagt auch ich geplant hatte für meine Repertoire-Videoserie als Schwarzer. Aber diese Partie von Carlsen beendet die Diskussion in dieser Variante und hat mir große Repertoire-Probleme bereitet. Denn soweit ist alles wohlbekannt. Schwarz geht in einem Endspiel mit verdoppelten Bauern, aber mit sehr solider Struktur und dem Läuferpaar. Und gemeinhin galt dies als völlig spielbar. Die Hauptwaffe von Spielern wie Wladimir Kramnik und vielen anderen Stars. Aber Carlsen spielt die sehr, sehr starke neue Idee Springer nach E2. Soweit ich weiß, eine Idee seines Sekundanten und Landsmannes, Jon Ludwig Hammer. Der Plan ist simpel, Springer nach G3, Springer nach F5, diesen Springer unterstützen. Und ich konnte kein Gegengift dagegen finden. In meiner Heimanalyse, Kramnik am Brett konnte die Problemer auch nicht lösen und geriet schnell auf die schiefe Bahn. Hier Springer F5. Kleiner Trick. Nach Springer schlicht B2, König C2. Ist schwarz nicht rechtzeitig sein ganzes Material zu behalten? Zum Beispiel Springer A4, König B3. Und eine der Figuren fällt, so dass Carlsen einen relativ mühelosen Sieg erzielte. Dank dieser sehr, sehr starken Neuerung Springer E2. Dieser Neuerung verdanken wir es auch, dass ich in meiner neuen Videoserie, kleiner Plug, aber nur kleiner Plug, statt dem schönen Damen-Gambi D5, dem zu Indisch empfehlen musste. Carlsen hat Schuld. Wie dem auch sei. Magnus Carlsen gewinnt Stavanger zum ersten Mal. Da sein Heimturnier mit dieser schönen Neuerung und sollte auch weiterhin sich austoben in der Superturnierszene. Nämlich im schönen Bilbao gewinnt der Weltmeister das nächste klassische Turnier. Und hier ein Schlüsselmoment für mich. Sein Sieg gegen Wesley. So hier sehr, sehr geschmackvoll. Dargestellt in dem Cartoon unseres Freundes Guadalupe, des spanischen Künstlers, der all diese Cartoons gemacht hat, gewinnt Carlsen relativ glatt gegen Wesley So. Und wir gucken uns einmal, wenn ich es dann finde, was 50-50 ist ungefähr, die Endphase dieser Partie an. Hier haben wir die Steuerung. Carlsen mit dem weißen Stein. Wesley So hat gerade Dame nach F7 gespielt, um kurze Rochade vorzubereiten. Wir werden sehen, dass Carlsen gelingt, mit jedem Zug die schwarze Rochade zu verhindern. Oder zumindest sehr zu erschweren. Hier das kleine A4. Wenn Schwarz jetzt kurz rochiert, gibt es den sehr, sehr schönen Trick. Läufer nach H6. Das wird Wesley So nicht gefallen haben. Wenn man diesen Läufer schlägt, geht die Dame verloren. Daher versucht es so, mit Springer C von F7, sich diesen Bauern zu schnappen. Aber auch das führt zu Problemen. Carlsen spielt das sehr starke Dame E1, greift diesen Tor mal. Jetzt können wir nicht rochieren, weil der Tor mal gegriffen ist. Also B6, Springer nach D2. Jetzt können wir nicht gut rochieren, wegen Springer C4. Und es gibt Ärger auf D6. Turm schlägt A4, gewinnt immerhin einen Bauern. Aber zu welchem Preis? Springer nach C4 droht eine Springergabel auf D6. Schwarz jetzt rochiert. Kann Weiß entweder auf D6 schlagen oder aber den gleichen Trick anbringen, den wir schon kennen, wie der Läufer nach H6. Was wieder sehr, sehr lästig ist. Daher spielt So Läufer nach F8. Aber das macht den Traum von der kurzen Rode natürlich zunichte. Und in der folgenden Partiephase sollte es sich für Schwarz rächen, dass er einen König im Zentrum hat. Er versucht hier zu zaubern mit Sprengerpflicht E4. Aber es funktioniert nicht. Sein König ist zu exponiert und die Partie dauert nicht mehr lange. Mächtige Mattdrohungen, wohin man schaut. Daher gab Wesley So sich geschlagen. Eine glatte Angelegenheit, möchte man meinen. Aber das wird den einen oder anderen überraschen. Den einen oder anderen auch nicht. Das ist die letzte Partie, die Wesley So im Jahre 2016 verliert. Nach dieser Partie ging er auf eine, ja, nicht nur eine lange ungeschlagene Serie, sondern auch einen Siegeszug. Denn Wesley So gewann fast alles, was er gewinnen konnte im zweiten Halbjahr 2016. Es geht los mit einer Sache, die er, glaube ich, nicht gewonnen hat. Aber trotzdem ein Event, das wir coveren müssen. Nämlich das Comeback von Garry Kasparov. Kasparov spielte zwar nicht beim klassischen Sincafield Cup mit, den gewann Wesley So, aber bei einem Blitzturnier im Anschluss daran und schlug sich gut gegen Nakamura, Wesley So und Fabiano Caruana, die drei US-Stars. Nee, es war nicht im Anschluss am Sincafield Cup, es war im Anschluss an die US-Meisterschaft. Entschuldigung, ich kriege schon wieder alles durcheinander. Ihr wisst, es war ein langes Jahr. Wer kann sich alles merken? Wieder mal sein. Blitzturnier, So, Kasparov, Nakamura, Caruana. Ich glaube, Nakamura hat gewonnen. Aber die spektakulärste Partie war ein Sieg von Wesley So gegen eben diesen Garry Kasparov. Und wir schauen uns diese Partie einmal in ihrer ganzen Pracht an. Kasparov spielt eine Nebenvariante in der Eröffnung, aber So ist auf alles vorbereitet. Allgemein Wesley So, fantastische Vorbereitung, zeigt ja das Ganze her. Gerät fast nie im Bedrängnis. Und auch hier spielt er in starken Zug Sprenger BD2. Mit dem kleinen Trick, dass Sprenger schlicht D4 wegen Sprenger schlicht D4 nicht geht. Kasparov spielt aggressiv weiter. Er versucht, einen Königsinner aufs Brett zu stellen, indem er nicht Sprenger F6 gespielt hat, sondern gleich zu F5 greifen kann. Aber das sollte sich rächen. So spielt das thematische C5, ein Bauernopfer, das schwarz akzeptiert. Sprenger nach C4 greift diesen Bauern an, plant D6. Und es sollte böse enden für Gerät Kasparov. Das hier ist eine Blitzpartie und so weiter und so fort. Aber eine sehr instruktive. Deshalb zeige ich sie euch in ganzer Pracht. Hier B4 öffnet die Störung, bevor schwarz sich vollkommen entwickeln kann. Turm C1 mit potenziellem Ärger auf der C-Linie. Sprenger E7 plant die Kurzhochrade, überdeckt diesen Läufer. Aber Weiß spielt den starken Zug da mit B3. Das ist natürlich die Kurzhochrade deutlich erschwert. H6, Turm FD1, B5 schon Verzweiflung. Gefällt dem Computer nicht, aber guter Rat war schon teuer mit diesem König in der Mitte. Und was folgt, ist eine sehr schöne kleine Kombination. Springer schlägt E5, F schlägt E und Läufer schlägt B5. Wir sehen wieder, der König in der Mitte ist der dominierende Fakt hier. Turm nach B8, Läufer nach A4. Der Schlüsselzug behält einfach die Spannung und bereitet vor, mit Turm schlägt C6 neben Dame E6, die Partie zu entscheiden. So kommt es. Das hier ist keine Partie analysiert, deshalb werde ich nicht auf alle Feinheiten eingehen. Aber schaut euch das mächtige weiße Läuferpaar an. Beide Springer gefesselt. Es gibt kein Halten mehr und die Partie dauert auch nicht mehr lange. Nach Turm C8, Läufer schlägt E7. E7 kann Schwarz nichts tun, damit schlicht E7 führt aus vielen Gründen in den Abgrund am schnellsten ist. Alles zu schlagen. Schachmatt im nächsten Zug. Also, sehr schöner Sieg von Wesley Soh. Sorry, ich habe, glaube ich, die Chronologie da ein bisschen hineingekriegt. Aber ein Vorbote von dem, was noch kommen sollte. Wesley Soh gewinnt später den Sinquefield Cup und er gewinnt auch die Olympiade zusammen mit seinen US-Teamkollegen. Wo haben wir sie? Mit Fabiano Caruana, Hikao Nakamura. Da hinten sehen wir Sam Shankland, Ray Robson auch noch im Team. Gewinnen die Amerikaner natürlich deutlich verstärkt dank Fabiano Caruana und Wesley Soh. Neuer Mannschaft gewinnen die Olympische Goldmedaille. Das heißt, wieder kein Gold für Russland. Und so der dominierende Mann an Brett 3, ich weiß nicht, 8,5 aus 10 oder irgendein verrückter Score mit Schlüssel-Siegern gegen Nepomneshi und Wittit, meine ich, schon ein Vorbote von seiner sehr, sehr guten Form. Also, USA holt sich Gold bei der Olympiade. Und das nächste Riesen-Event auf dem Kalender, natürlich die Schach-Weltmeisterschaft. Ich war näher beteiligt, als ich sonst gewohnt bin. Deshalb war ich auch wenig im Einsatz bei Chess24, denn ich habe heimlich schön und leise für Magnus Carlsen gearbeitet. Ein bisschen an seiner Öffnung, was natürlich für mich hochinteressant war, aber das Match auch dramatischer machte, als man es als objektiver Kommentator gewohnt ist. Denn ich war natürlich am Mitzittern und es war enorm knapp, wie wir alle wissen. Sergei Kayakin gestaltete die klassische Phase unentschieden. 6 zu 6 war sogar in Führung, sodass Carlsen, ich meine, welche Partie war es? Die zehnte Partie gewinnen musste, um zurückzukommen. Die zehnte von zwölf Partien. Und das hier einer der dramatischsten Momente nach Springer nach D2 kann Kayakin das Remis mehr oder weniger forcieren. Mit Springer schlägt F2 Schach, König G2 und Springer nach H4 Schach. Das ist der Trick. G schlägt H4, scheitert an Dame nach G6 und der weiße König kann nirgends hingehen. Daher müsste auf Springer H4, König G1 kommen und schwarzer Dauerschach mit Springer H3, König H1, Springer F2. Was bedeutet, er hätte, dass Kayakin die Führung behalten hätte mit nur noch zwei Partien. Was die Sache natürlich sehr, sehr heikel gemacht hätte. Fähig ist aber, muss man sagen, dass Carlsen vorher im Match auch viele gute Chancen verpasst hat und allgemein der Aggressor war. Aber hätte er diese Partie nicht gewonnen, wäre die Sache wahrscheinlich anders ausgegangen. So wie es kam, erreichte er ein sehr, sehr gutes Endspiel, das er zum vollen Punkt verwerten konnte, dank der schwarzen Bauern. Und das Match ging in die Verlängerung im Tiebreak. Vier Schnellschachpartien war Carlsen der bessere Mann und beendete das Match im großen Stil mit dem Zug Dame nach H6. Das ist der letzte Zug des Matches. Und Matt im nächsten Zug, ich werde euch nicht verraten, wie findet es raus, aber wahrscheinlich der schönste Schlusszug aller Zeiten in einem WM-Kampf. Das bedeutet, Magnus Carlsen verteidigt seinen Titel, aber auch Sergei Kayakin gewinnt, glaube ich, viele Fans. Nicht nur wegen seines Schachs. Seine Stärken sind wohl dokumentiert. Sehr guter Verteidiger, sehr guter Endspielspieler, sehr zäh psychologisch, sehr, sehr tough. Aber er gewann auch viele Fans durch sein sympathisches Auftreten bei den Pressekonferenzen. Ich muss gestehen, ich habe nicht viele dieser Pressekonferenzen gesehen, sondern mir die News verfolgt. Aber Kayakin, glaube ich, hat sich eine ganz neue Fanbase geschaffen durch den harten Kampf und sein Auftreten. Und auch für Kayakin, kleiner Spoiler, sollte das Jahr ein Happy End haben, denn er gewinnt am Ende des Jahres die Blitzfeldmeisterschaft. Punktgleich mit Magnus Carlsen, aber mit besserer Wertung. Sergei Kayakin, der Blitzschachweltmeister 2016. Wo wir bei diesen Titeln sind... Was hat er jetzt wieder gemacht? Der Schnellschachweltmeister 2016. Vassili Ivancuk. Im Alter von, ich meine 47 Jahren, sein zweiter Weltmeistertitel nach dem Blitzweltmeistertitel 2008. Ebenfalls punktgleich mit Magnus Carlsen, der keinen der verkürzten Bedenkzeittitel holen kann. Obwohl er sowohl im Blitzen als auch im Schnellschach punktgleich auf die Zielgerade kommt. Wird damit sehr unzufrieden gewesen sein. Aber trotzdem im Großen und Ganzen, wir haben es gesehen. Siege in Weikernsee, Norway Chess, Bilbao, WM-Match, Löwen, Schnellschach hat er auch gewonnen. Ich glaube, Paris, das einzige Event neben den beiden Schnellschach- und Blitz-WMs, das er nicht gewonnen hat. Wo Hikaru Nakamura gewonnen hat, muss man sagen, es war ein erfolgreiches Jahr für Magnus Carlsen. Elu Schwund hauptsächlich durch das WM-Match und durch, ich glaube, bei der Schach-Olympiade ein paar Punkte verloren. Anbrett 1 für Norwegen, war auch Norwegen mit einem sehr guten Ergebnis. Aber ich denke, Magnus Carlsen, ein gutes Jahr. Sergei Kayakin, ebenfalls im Großen und Ganzen ein gutes Jahr natürlich. Kandidatenturnier gewonnen. Schnellschach-WM, nee, Blitzschach-WM gewonnen, kann man nicht sagen. Ein anderer, der ein gutes Jahr hatte, den wir noch nicht erwähnt haben. Fabiano Caruana, der sich in der Ratingliste sehr nah herangeperscht hat an Magnus Carlsen. Ich glaube, wir werden es uns gleich angucken. 16 Punkte zurück ungefähr noch. Und eine beeindruckende Partie für Theorie-Fans, wie mich sein Sieg aus London Ende dieses Jahres gegen Hikaru Nakamura. Nach einer langen Theorie-Diskussion, diese Variante, steht diese Störung auf dem Brett, die beide Seiten wahrscheinlich auf ihren Computern hatten. Aber statt hier die Dame zurückzugewinnen, na, ich muss kurz erzählen, was los ist. Schwarz hat eine Dame mehr gegen, im Moment, zwei weiße Leichtfiguren. Und weiß könnte, und das empfehlen die Computer, die Dame zurückzugewinnen, zurückgewinnen mit Sprenger C6, Läufer schlicht G4, Sprenger schlicht D8. Läufer schlicht D8 mit einem sehr komplizierten Endspiel. Aber Caruana hatte in der Heimvorbereitung erspäht, dass er diese Dame nicht braucht, sondern ruhig weiterschwingen kann. Mit zwei Figuren für die Dame, aber positionärer Dominanz, findet den sehr, sehr starken Zug Sprenger F5. Wenn man sich diese Störung etwas länger anschaut, sieht man schon, dass die schwarze Störung sehr undankbar zu spielen ist. Und die Partie ging, obwohl Caruana sich ein paar übersehen leistete in der Folge, trotzdem glatt zu Ende. Denn die weiße Störung ist zu dominant, trotz Dame weniger, sieht man nicht alle Tage. Hier mit H5 ruhig verstärkt, Dame G5, Läufer E3, Dame schlicht G4, Sprenger schlicht H6. Macht es nicht besser, da muss zurück. Caruana verpasst hier ein, zwei Tricks, aber beendet die Partie trotzdem stilvoll mit Sprenger schlicht F7. Läufer schlicht F7, Turm H6, König G7, Turm G1 und der materielle Vorteil hilft dem Schwarzen nicht besonders weiter. Ebenso nach Turm F7, Turm E6, Dame B5, Turm H6 und Schwarz wird Haus und Hof verliert nach dem folgenden Schachgebot. So, ganze Variante. Also Fabiano Caruana, ein gutes Jahr, war häufig nah dran, natürlich bitter für ihn, dass er es nicht geschafft hat im Kandidatenturnier. Aber Rating-mäßig so nah dran an Magnus Carlsen, wie lange keiner mehr, war ein schöner Satz von mir. Und Caruana damit auf jeden Fall wieder im Rennen als Top-Herausforderer von Magnus Carlsen, der Mann, der ihm am nächsten gekommen ist. Wir schauen uns, oder ne, wir schauen uns erst den Zug des Jahres noch an, bevor wir einen Blick auf die Ratingliste werfen und kurz darüber reden. Wer die Gewinner und die Unzufriedenen des Jahres 2016 sein mögen. Jetzt ist noch die Frage, ob ich den Zug des Jahres finden kann. Ich denke schon. Hier haben wir es aus einer Partie von Levon Aronian gegen Richard Rapport, einen der jungen, wilden, viele Fans wegen seines wilden Schachstils. Und auch einer der am höchsten bewerteten Youngster der Welt. Ich weiß gar nicht, wie alt Rapport ist. Ich glaube, immer noch sehr jung. 19 vielleicht. Und stand zwischendurch bei über 2,57. Aber ich zeige euch dieses Segment nicht, um Rapports abschneiden in diesem Jahr zu analysieren, sondern um euch diesen Zug zu zeigen. Der Zug des Jahres für mich. Klare Sache. Turm nach H1 Schach. Ich weiß nicht, ob da viele Leute drauf gekommen wären. Ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe, es gut zu erklären, warum Turm H1 so stark ist. Schwarz wollte gerne diesen Turm schlagen. Läufer schlägt D4. Aber dann kommt E schlägt D4. Und seine Dame ist angegriffen. Und der Sprenger ist angegriffen gleichzeitig. Was keine gute Situation für ihn wäre. Nach Turm H1. Sollte Weiß Springer schlicht H1 spielen, käme Springer F3 Schach. Und Schwarz gewinnt die Dame. Und das hier ist eine Gewinnstelle für Schwarz, Dame F3. Turm F3. Hier hat Weiß wenig Hoffnung. Daher ist Weiß gezwungen, mit dem König... Ich weiß nicht, ob ich widersprechen kann. Mit dem König zu schlagen, wollte ich sagen. Und jetzt Volklaufer schlägt D4. Und sollte Weiß zurückschlagen, mit dem E-Born. E schlägt D4. Kime Dame H4 Schach. König G1. Springer nach G4. Das ist die Pointe. Und Schwarz gewinnt, wegen der Mattdrohung Dame H2 Schach. Sagen wir Turm H1. Dame H2. König F1. Und Dame schlägt G3. Mit schwarzer Gewinnstellung. Also Turm H1. Laut Computer nicht mal der beste Zug in der Stellung. Aber trotzdem so spektakulär. Und auch korrekt. So stark. Das ist für mich ganz klar der Zug des Jahres. Aronja spielte noch... Warum mache ich das immer? Aronja spielte noch den Zug F3. Aber nach F3 läuft er zurück nach B6. Hatte er einfach eine sehr, sehr schlechte Stellung. Und Rapport gewann ohne große Probleme. Das für mich eindeutig der Zug des Jahres. Richard Rapport mit Turm H1 Schach. Ein bewegtes Jahr für den ungarischen Youngster. So, werfen wir zum Abschluss. Wie angekündigt. Einen Blick auf die Ratingliste. Und da sehen wir. Magnus Carlsen hat ein bisschen Gesellschaft bekommen. Von Fabiano Caruana. Der das stabilste Jahr insgesamt hatte. 2827,5. Nur noch 13 Punkte. 12,5 Punkte hinter Magnus Carlsen. Wird spannend, ob Carlsen seinen Vorsprung im Jahr 2014 ausbauen kann. Oder sollten wir gar nach 5, 6 Jahren eine neue Nummer 1 bekommen. In Fabiano Caruana. Wir werden sehen. Wladimir Kramneck. Auch ein Mann, der mit dem Jahr zufrieden sein wird. Wie alt ist er jetzt? 41, 42? Ich weiß nicht. Nummer 3 der Welt. Immer noch über 2,8. Und Wesley So, der Mann der zweiten Jahreshälfte. 2807 seit Ewigkeiten ungeschlagen. Gewinnt den Sinkfield Cup. Gewinnt London. Gewinnt die Grand Chess Tour. Wesley So werden wir für 2017 im Auge behalten müssen. Maxime Waschieler-Graf kam bisher noch gar nicht zur Sprache. Er hat das Pech, dass er eine überragende erste Hälfte des Jahres hatte. Und eine nicht so starke zweite Hälfte des Jahres. Mein Kollege im Team von Magnus Carlsen. Was ihn vielleicht von seinem eigenen Schach ein bisschen abgelenkt hat. Aber vielleicht hat er auch viel gelernt. Und wird es im Jahre 2017 allen zeigen. Wishi Anand auch noch gut dabei. Nummer 6 der Welt. Kayaki Nummer 7. Nakamura. Für mich einer, der wahrscheinlich unzufrieden sein wird. Mit dem Jahr 2016. Etablierter Topmann. Aber nicht viel gewonnen hat. Ich glaube, was hat er gewonnen? Paris. Schnellschach. Aber sonst nicht viel. Und war zuletzt nicht so in der Diskussion enttäuschendes Kandidatenturnier. Wir werden sehen, ob er zurückkommen kann. Für Levan Aronjan gilt ähnlich. Er ist natürlich ein Weltklasse-Spieler. Aber auch er war nicht zufrieden mit seinem Jahr 2016. Anish Giri. Wahrscheinlich ähnliche Probleme. Viel zwischendurch. Gar auf 2,57 oder sowas. Für Anish. Niemandsland ist. Aber hat sich zurückgearbeitet. Ich bin Giri-Fan. Trotz seines Remis-trächtigen Stils. Oder deshalb einer der bestvorbereitetsten Spieler. Und wir werden sehen, wie er sich im Jahr 2017 schlägt. Ich glaube, das war es schon. Mit meinem Jahresrückblick. Entschuldigung an alle, die ich vergessen habe. War ein spannendes Jahr. Dominiert natürlich von der Weltpolitik. Aber über die wollen wir nicht unbedingt reden. In diesem Video schachtlich. Schwer zu sagen. Aber ich denke, es war ein interessantes Jahr. Magnus Carlsen bleibt auf dem Thron. Fabian Caruana und vielleicht auch Wesley Soh. Und Saiki Kajakin haben den Abstand etwas verkürzt. Wir werden sehen, ob sie näher kommen können. Für mich persönlich war es auch ein spannendes Jahr. Ich habe eine vier Monate alte Tochter. Wir sind in ein neues Haus gezogen. Und die Arbeit für Magnus Carlsen war natürlich sehr, sehr spannend. Das hat alles auch bedeutet, dass ich nicht ganz so viel, wie sonst euch vollladen konnte, hier auf Crest24. Ich hoffe, das werden wir richtigstellen können im Jahre 2017. Bis dahin allen einen guten Rutsch. Oder falls ihr das hier im Jahr 2017 seht, ein erfolgreiches, gesundes, frohes, neues Jahr. Dies, das, jenes. Alles, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oder hoffentlich schon bis vor dem nächsten Jahresreplik. Bis dahin. Tschüss.